Hallo, Teil 2. Das sind schon mehr kleine Windeln. Papier. Von November 2013. Noch ein Papier. Noch ein Papier. Geschenk. Wirklich ganz scheiwackelnd. Oh, Steine! Nur ein Geschenk. Ein Pinguin als Flaschenöffner. Wie geschmackvoll! Loppe! Ein Loppe! Entschuldigung, ein Loppe. Und noch ein Geschenk. Das macht Geräusche. Jetzt hätte ich noch CDs an. Ja, CDs! Also, sehr schöne Klassiker. Aus 1972. Hinten mit Preismarker drauf. Oder als Bückerei geglaubt wahrscheinlich. Noch ein Geschenk. Für ein längeres Video. Ja. Die Klappe ist ein bisschen kaputt. Was ist denn das? Schaut irgendwie nach eine dicke Blumenmasse aus. Da ist nämlich schon der Griff weg. Ja, kein Blumenmasse sei. Das sieht nicht aus. Das dauert länger. Die hat ganz frühen Ketter gehabt. Oh, seht's! Und noch mal was. Die ist sehr schwer. Ich hoffe, dass nicht irgendein Zünder wird. Oh, wie schön! Was für draußen! Für ein Eingang! Das war's! Danke!